Hallöchen und herzlich willkommen liebe Leute. Ja, wir haben heute ein etwas ernsteres Thema. Ich habe lange Zeit damit gehadert, weil ich sage ja auch immer in den Streams, dass ich ungerne politische Themen anspreche bzw. ich sag jetzt mal was so in der Welt passiert, weil das einfach nichts mit Gaming zu tun hat und es hat eigentlich nichts auf meinem Kanal verloren. Jetzt allerdings hat es was mit Gaming zu tun und deswegen muss ich mich natürlich auch dazu äußern. Ihr seht es schon im Titel Thema Terrorismus und Gamescom. Das sind jetzt, ich sage jetzt mal zwei große Themen unserer Zeit und das ist etwas, womit man sich beschäftigen muss und was ich auch sehe, wo sich einige von meinen Zuschauern schon mit beschäftigt haben mit dem Thema. Und zwar geht es um folgendes. Ich habe ja in den Streams immer mal wieder so gefragt, wer denn Lust hätte sich auf der Gamescom zu treffen und so weiter und so fort. Und da sind ja auch sehr sehr viele von euch dabei gewesen, die gesagt haben, jo, ich habe da Bock drauf, das könnte man eigentlich mal machen und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich mich eigentlich schon darauf gefreut, gesagt, jo, ich werde auf Twitter sagen, wo ich dann gerade bin und je nachdem, wenn ich halt nachmittags keine Termine mehr habe, dann kann man halt mal ein bisschen länger quatschen oder sich irgendwie in eine ruhige Area zurückziehen und vielleicht mal Fotos machen oder so weiter und so fort. Und wie gesagt, das, ja, wie fange ich jetzt am besten damit an? Es hat mir erst einer geschrieben, dass er halt Angst hat, zur Gamescom zu gehen. Und dann dachte ich mir so erst, jo, okay, ne, also ist dann nun mal so. Aber das ist nicht bei dem einen geblieben. Es sind mehr geworden. Und das beunruhigt mich. Und warum beunruhigt es mich? Also ich meine, natürlich ist in letzter Zeit viel Scheiße passiert, egal in welcher Lebenslage man ist. Man bekommt es irgendwie mit, sei es jetzt dadurch, dass in der Schule darüber gesprochen wird oder dass man, ich sage jetzt mal, in der Stadt wohnt oder... Ich meine, wir sind auf dem ganzen Globus verteilt. Und das ist jetzt auch nicht auf Deutschland beschränkt, sondern halt auch international. Seien es die Anschläge in Frankreich, sei es Belgien, sei es München, sei es Würzburg und das ist auch scheißegal, mit welcher Motivation das Ganze durchgeführt wurde. Im Prinzip, ja, worum geht es? Es geht um Terror. Da hatte ich erst letztens eine kleine Diskussion zu, darf man hier überhaupt das Wort Terror verwenden? Und ich finde ja, weil offensichtlich solche Aktionen Leute einschüchtern. Und zwar Leute, die halt, ja, meine Zuschauer, ihr, die Community, werdet eingeschüchtert. Und habt Angst, zu Gamescom zu gehen? Wollt da nicht hingehen, weil halt große Menschenmassen und Angst davor und, ja, ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich hatte auch einen Moment, wo ich mir gedacht habe, jo, ey, sagst du ab und verkaufst deine Karten und, ja, gehst praktisch nicht hin. Also, das ist halt sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal so. Ähm, natürlich, ne, es ist eine große Menschenansammlung, gerade auch vor der Gamescom, bevor überhaupt Kontrollen möglich sind, ähm, dass irgendein Vollidiot durchdreht und um sich schießt oder mit einer Axt auf Leuste losgeht, ne. Und, ähm, damit ist wirklich nicht der IS gemeint, der sich wirklich in letzter Zeit ziemlich, ziemlich viel auf die Fahne schreibt, ähm, wo, da sollte man auch dann nicht alles glauben. Ähm, ob das tatsächlich jetzt religiös motiviert war, eine Tat oder nicht, das ist auch scheißegal, das ist Mist. Es ist einfach nur Scheiße und, äh, das, das ist scheißegal, wer da den Klops im Kopf hatte, ne, und, und, äh, ja, ne, die, die Motive sind mir sowas von scheißegal, ne, ob aus religiösem Fanatismus oder Rassismus oder Nationalismus oder warum auch immer. Das ist wirklich alles, davon ist Terror, weil alles Angst schürt und Angst verbreitet. Und, ähm, das ist meine Meinung dazu. Und ich meine, ihr habt sicherlich eine andere Meinung vielleicht. Äh, und wenn ja, dann haut mir die gerne mal bitte in die Kommentare, weil das ist, das ist halt was, was mich im Moment sehr stark beschäftigt, weil das halt ein sehr, sehr großes Event ist, auch für mich und meine Community, ähm, weil ich dort mich mit sehr, sehr vielen Vertretern auch der Industrie treffe und, äh, mit denen bequatsche, was so, was so im nächsten Jahr passiert. Und, ähm, das ist natürlich etwas, was halt sehr, sehr, ich sag jetzt mal, einen sehr, sehr großen Impact hat. Ähm, ne, und, ähm, ja, Terror ist, wie gesagt Latein und bedeutet in der Übersetzung Angst oder Schrecken. Und, ähm, sprich die Leute, die solche Taten begehen, wollen im Prinzip Angst verbreiten. Und, ähm, jetzt ist die Frage, lässt man die gewinnen? Also, gewinnen im Sinne von, ähm, lässt man sich einschüchtern dadurch? Ähm, muss man Angst haben? Ähm, die Antwort lautet ja. Ähm, Kontrollen sind gut, Kontrollen sind wichtig. Ähm, leider schützen sie nur ein bestimmtes Gebiet. Leute, denkt doch mal nach. Ähm, ihr wisst doch selber, wie lang die Schlangen vor der Gamescom sind. Ähm, bevor überhaupt irgendwer kontrolliert wird. Ne, also, ähm, in den letzten Jahren war es so, dass ich halt, äh, weil ich halt mit großem Gepäck unterwegs war, Kameratasche, Lichttasche, etc., ähm, dass wir halt, ähm, innen drin kontrolliert wurden, praktisch. Also, da, da, da hatten wir schon, oder sind wir schon praktisch an der Schlange vorbei gewesen, bevor überhaupt auf jemand auf die Idee kam, äh, mal drei Leute mit großen Koffern anzuhalten. Ne, und ich mein, ähm, naja, ein Selbstmordattentäter, der wird sicherlich keinen Lichtkoffer mit sich rumschleppen, ne, sondern der wird das irgendwie verstecken, geschickt machen, wie auch immer. Ähm, und sicherlich werden sie da auch ein bisschen was dran getan haben, logischerweise. Ähm, ja, also, wie gesagt, wird auf der Gamescom kontrolliert? Ja. Sind mega lange Schlangen vor den, äh, vor den Kontrollen? Ja. Seid ihr sicher? Nein. Ne, ne, das, das muss einem klar sein. Äh, Kontrollen sind gut, Kontrollen sind wichtig. Ne, aber, wie gesagt, die Leute müssen erstmal bis zur Kontrolle hin und hier wird die Gefahr einfach nur weiter nach vorne verlagert. Ähm, denkt doch einfach mal an den Bahnhof, ne, wird da kontrolliert. Die ganzen vollbesetzten Sonderzüge, wird da kontrolliert. Ähm, Cosplayer, die vielleicht, ich sag jetzt mal, Waffenattrappen haben, ähm, da gab's letztes Jahr auch schon eine sehr, sehr starke Regulierung, aber, ähm, im Prinzip, ne, wisst ihr selber, dass, dass halt vor der Gamescom dann halt auch Leute stehen mit, äh, mit, mit Waffenattrappen und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist natürlich etwas, mittlerweile sind die Replikate oder, oder die, die, ähm, die, ich sag jetzt mal Requisiten so gut für Cosplayer, dass, dass die praktisch nicht mehr zu unterscheiden sind von, von, von echten Sachen, ne. Da müssen die halt extra gekennzeichnet werden und so weiter und so fort. Und, ähm, ob das halt wirklich auch jeder Cosplayer macht, ist halt eine andere Sache, ne. Also, ähm, das sind halt so Geschichten, die, die halt, ne, man, man kann es nicht verhindern. Stellt, also, denkt doch einfach mal an München. So, ihr geht einkaufen und dann passiert so eine Scheiße. Du, es ist, es ist kackegal. Ihr, ähm, oder ihr fahrt im Zug, seid auf dem Weg zur Arbeit und dann kommt einer mit einer Axt. Also, es ist, es ist wirklich scheißegal, ne. Also, wo ihr seid und was ihr macht und, und ganz ehrlich, die ganze Zeit zu Hause bleiben und sich im Keller verkriechen, ist halt nicht der richtige Weg bei da, bei sowas, ne. Also, wie gesagt, ihr müsst euch im Klaren sein, sowas kann passieren. Ähm, im Gegensatz wie zum Beispiel zum Israel, äh, zu Israel war halt bei uns nicht jeder in der Armee, ne. Also, wir sind nicht auf so etwas vorbereitet. Das ist das eigentliche Problem. Ähm, also, natürlich ist es ein Problem, dass überhaupt sowas passiert. Punkt. Da, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber, ähm, ein, oder ein, ein sehr, sehr, auch sehr, sehr großes Problem ist nun mal, dass wir halt, wie gesagt, nicht vorbereitet sind auf sowas. Ähm, dass wir halt, ja, ich sag jetzt mal, panisch wild durch die Gegend laufen, wenn sowas passiert, ne. Man, man muss da einen kühlen Kopf bewahren, versuchen, von der Gefahrenquelle wegzulaufen. Ähm, nicht zwangsläufig in ein offenes Gebiet, weil, naja, wer, wer, wer schon mal einen Shooter gespielt hat, der weiß, Deckung suchen und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, ja, sowas, sowas ist halt, ich sag jetzt mal, sowas muss man im Hinterkopf behalten, wenn man, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, ne. Also, ich möchte bei Gott jetzt, äh, hier nicht noch mehr Angst machen und so weiter und so fort. Ich möchte nur, dass Leute sich darüber im Klaren werden, dass, äh, die Möglichkeit besteht, dass sowas passiert und dass man natürlich auf sowas achten muss, ne. Und, äh, eben, weil, weil halt ihr mich angeschrieben habt von wegen, jo, ich hab Angst, ich möchte da eigentlich gar nicht hingehen und so weiter und so fort. Ähm, macht es. Geht, geht trotzdem hin. Ne. Ähm, alleine um der Angst ins Gesicht zu spucken und zu sagen, ey, Leute, ihr scheiß Terroristen, ähm, egal aus welcher Motivation ihr das gemacht habt, ihr kriegt mich nicht runter und ich werde da hingehen und ich werde eine geile Zeit haben. So. Und, ähm, das ist, äh, ein viel, viel wichtigeres Statement als zu sagen, ey, jo, ich bleib zu Hause und, äh, ja, bleib halt zu Hause und, und geh halt nicht hin und guck übers Internet zu, wie andere Leute da ihren Spaß haben und so weiter und so fort. Und es heißt ja nicht, dass was passieren muss, ne. Ähm, es heißt wirklich nicht, dass was passieren muss. Es kann halt echt, wie gesagt, sein, dass, äh, dass einfach alles, äh, gechillt abläuft, weil, weil die vielleicht gar nicht daran interessiert sind, die Games-Branche zu treffen oder was auch immer. Ne. Ich, ich weiß ja nicht, was in so kranken Leuten vorgeht. Ne. Also, wie gesagt, Leute, das ist halt so das Wort zum Dienstag im Moment. Ähm, es ist jetzt noch ein bisschen zu Gamescom hin, aber, ähm, ich wollte das mal loswerden und sagen, halt, was Sache ist und, ähm, weil es, weil es halt mich betrifft jetzt tatsächlich mal und, äh, Gaming betrifft und, ähm, euch betrifft. Und dann hab ich mir gedacht, mach ich da, ich sag jetzt mal ein Statement zu, hab mir das auch schön vorher alles aufgeschrieben, damit ich auch ja nichts vergesse. Und, ähm, ja, ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs, fürs Zuhören und fürs Zuschauen, etc. Teilt das Video bitte, weil, äh, ich glaub, das ist ein wichtiges Statement, was, äh, was der ein oder andere hören sollte, der halt, äh, vorhat, zur Gamescom zu gehen. Ähm, das, das wäre mir schon ein persönliches Anliegen, wenn, wenn ihr da wirklich, äh, ein bisschen mal pusht. Ähm, ich sag das nicht oft, äh, und, ähm, das, wie gesagt, ist halt mir wirklich wichtig, dass, dass das halt rauskommt und, also, was heißt rauskommt, dass das halt, ich sag jetzt mal, ähm, diese Mentalität, die da, die das mit sich bringt halt, ne, also, es muss halt, Leuten muss klar sein, es ist eine Gefahrenzone, äh, Leuten muss aber auch klar sein, dass, äh, dass man hingehen muss und sagen muss, jo, als Statement gehe ich jetzt trotzdem hin und, und lass mich halt nicht einschüchtern. Und, ähm, ich finde, dass, das ist wirklich wichtig. Jeder ist natürlich eigenverantwortlich, ne, also, das heißt, nur weil ich das jetzt gesagt habe, geht da hin und so weiter und so fort, ähm, seid ihr nicht von der Pflicht entbunden, selber mal darüber nachzudenken, ne, also, ich möchte euch natürlich auch nur einen Denkanstoß geben, sprich, wenn ihr meint, äh, nö, also, das ist mir absolut zu gefährlich, äh, ich möchte das nicht, dann, dann ist das vollkommen okay, dann respektiere ich das, dann jeder muss das für sich selber entscheiden, ich kann euch nur raten, geht hin und, äh, habt, äh, the time of your life, ne, also, macht, macht euch eine geile Zeit und, ähm, feiert das und, äh, trefft Leute und, ähm, habt Spaß, habt Spaß. Ich meine, es gibt so viel Scheiße, ne, in der Welt. Es, es muss auch mal, einfach mal, ich sag jetzt mal friedlich ablaufen und, äh, wenn, wenn wir alle so ein bisschen mit drauf aufpassen und vielleicht verdächtige Sachen melden, etc., dann, dann denke ich mal, dass das halt auch wirklich glatt gehen wird, Leute, ne, und, ähm, ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder im nächsten Stream, ähm, wir arbeiten ja gerade hier an unserem Minecraft Minigame, 100% Vanilla gecodet, keine Plugins oder keine Mods, ähm, und, äh, wie gesagt, da ist das, der, 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 Dungeon Generator ist auch fertig, der ist noch nicht hier auf dem Server, der ist noch auf dem Test-Server von Stefan und, ähm, den werden wir aber, ich denke mal, im Laufe des Tages, äh, rüberziehen, dass, dass wir halt auch, ähm, Leute haben, die, äh, von der Community aus hier spielen können. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr im Stream, also, schaltet mal ein und, äh, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wirklich teilen, Leute, das ist echt wichtig, damit halt möglichst viele Leute erreicht, und, ähm, ja, ihr könnt mir auch gerne einen Like dalassen, wenn, wenn ihr das, wenn ihr das genauso seht wie ich, wenn nicht, bitte sagt mir, was ihr anders seht, ähm, und, äh, wenn es euch, wenn das überhaupt nicht eure Meinung ist, und ihr meint, ey, yo, das ist halt totaler Schwachsinn, warum sollte ich da hingehen, und so weiter und so fort, das ist ja mega die Gefahr, dann, dann sagt mir das auch in den Kommentaren, ohne Scheiß, ich bin mal gespannt, ähm, was, was ihr mir dazu so erzählen werdet, und ich würde an der Stelle sagen, ich bin raus, ähm, und, ja, wie gesagt, lasst, lasst mir eine Bewertung, lasst mir Kommentare da, und wir sehen uns im nächsten Stream, macht's gut, bis dahin, haut rein!